Der Geschirrspüler ist eines der Geräte, die fast jeden Tag im Betrieb sind. Besonders hier können Sie sparen. Wie, das zeige ich Ihnen jetzt. Das Wichtigste beim Geschirrspüler ist es, ihn immer optimal einzuräumen. Das heißt, nicht zu viel, also nicht übereinander stapeln, aber auch nicht halb leer einschalten. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass man immer das Energiesparprogramm verwendet. Das dauert zwar länger, spart aber bis zu 15% an Energie. Außerdem bei einem Neukauf immer auf die Energieeffizienzklasse achten. A++++ ist zurzeit das Beste.